Hallöchen, da sind wir zurück. Was haben wir gestern gemacht? Essen haben wir noch da. Da sind die alle. Stimmt, gestern hatten wir diese Quest gehabt. Ah, Mist, ich wollte ja eigentlich über eine Karte kommen. Ja gut. So viel dazu. Äh, gut. Genau, und Dings forschen wir auch. Diese stumpfen Waffen für uns. Was fliegt denn hier im Beuder jetzt rum? Nee, da war's. Okay. Das passt noch mit. Das ist schön. Das sind die Empfinderei auch schön. Dann haben wir noch sechs Witter. Oh, schön. Vier. Und auch schon zwei Schuhe. Warum liegen die denn schon wieder da drin? Hm. Hm. Wie weit ist denn hier die Forschung? Oh. Tatsächlich fertig, ja? Gut. Gut. Dann machen wir den jetzt. Echt? Haben wir die Gäste noch gerecht gemacht? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Dann gehen wir mal hier und gehen mal die Straße runter. Nein, ich mach da runter. Hm. Wird ein bisschen glücklich finden wir heute mal was. dann über haben wir oder naja das ist auch nicht so wirklich naja wie geht es mir hier lang das schon wäre eine kleine säule aber nö wo ist es hier geht es da irgendwo runter aber nicht das was ich das dachte keine spitze drum da sieht auch interessant aus schweizer berg schweizer nö, nö, schade jo, tippt man jetzt wirklich in der nächsten oder übernächsten Folge mal schauen, wie ich morgen Zeit habe werden wir im Moment Brackwitch Bruder angreifen und schön, guck mal, Eisen was ist das da hinten? bestimmt noch so ein gestorben ok, da kommen wir eh nicht raus, ok ok, da haben wir auch noch so eine Feldformation mh, 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 mh nö nö, hopp leider auch nicht holt mal, ist das nicht da ist ein Horn dienen ja hä wieso ist das da ausgegrenzt? warum? hä? das verstehe ich jetzt gar nicht was sind das? hä? wieso sind die jetzt? behüten doch uns Briganten ok interessant sind die also auch dauerhaft oder ist das schon wieder dieses Bug-Ding wo die ja irgendwo in der Ecke dann wieder stecken bleiben falls das ein Bug war ich freue mich so, wenn wir hier wirklich, äh, Tierzoffen so haben weil dann wird, äh, die Jagd nicht mehr so overwichtig sein weil ohne diese scheiß Jagd kommen wir ja überhaupt nicht an Fleisch ran außer natürlich beim Kaufen wenn wir schon mal hier sind wenn wir schon mal da sind ja, haben wir ja, vielleicht brauchen wir ja gar nicht, ne? die braten sie ja eh nur muss doch auch nicht sein und für den anderen haben wir ja über 150 Stück die sollen sie erstmal verballern hmm ich will jetzt auch nicht glauben, was das hier hinten noch irgendwas ist, aber man weiß ja nie, ne? in der Regel hasten die Entwickler ja eh Menschen also alle Entwickler guck mal, schon wieder einen deshalb vertrauen die den Entwickler wenn du denkst, du merke, ist was läufst du noch eine Stunde hä? warum wurde auch? ach ja ich hab noch nicht gesehen ja gut, da unten brauchen müssen wir jetzt mal nicht hin kommen wir jetzt hier irgendwo rüber? ja da haben wir aber auch nichts die mir nicht überliegen ah, schuldig, was ist das da an? wär ja toll, vielleicht können wir irgendwann mal ein Boot bauen okay der hört sich interessant aus das wird schon wieder dunkel, ne? äh, da unten haben wir nichts das wird schon wieder dunkel, ne? Alter, ich hab ein Timing das ist doch bruh ah, ne, das scheint auch nichts zu sein das sieht doch von der Kenner aber ein bisschen interessanter aus ne ne, glaube ich auch nicht ach, hier sind wir? na, die anderen ja ja aber da oben ist aber auch nichts hm ne, das ist ja der verdammter scheiß Berg hier oh krass die müssen hier wirklich doch gute Stichchen weit weg sein aber richtig weit weg guck mal, hier oben wird nicht sein na gut, sowieso nicht hier ist ja alles K haben wir ja schon gesehen das ist ja der Berg ja gut, hier könnte jetzt noch was sein äh, wo ist das Licht denn? toll jetzt sehen wir wieder so viel naja, da haben wir rund ihn so, hier oben hab ich, äh, meinen Spielstand, äh, Eisen gemacht hier hab ich ne Farben gebaut, damit sie sich ernähren können hier ein paar Hütten hier ein paar Hütten und dort unten dann die, wie das Bergwerk gibt's da aber hat mich hier oben mehr gesehen da? sag ich nicht, ne? hey, was hier haben wir? so, jetzt wird's aber richtig dunkel hier drin ähm, Baum, Baum haben wir auch irgendwie einen kleinen Kackbaum haben wir auch irgendwie einen kleinen Kackbaum? da komm mal her äh, nee, so unten ja, ist das schon besser 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 jetzt hab ich aber jetzt ein bisschen mehr Licht aber das sehen wir trotzdem nicht aber das sehen wir trotzdem nicht boah, Alter, Respekt an die Leute, ja, die die ganze Karte wirklich komplett aufdecken ich hab so eine legendäre Geduld, ja, aber boah, das wär so an mir zu hart ich mein, in der Regel tu ich das, aber die Karte ist mir zu groß das ist wahrscheinlich auch echt schön wenn unsere Leute äh, auch aufstecken würden komm, kannst du mir nicht erzählen, hier muss doch was sein ja, einfach mal ich nehm hu 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 Ah, das macht wieder weh. Aber nöt, hat das auch? Oh, nicht. Hm. Was ist denn schön, sich denn da? So, durchbrechen wir das, ja. Schön. Na gut, hier im Wald kommen wir noch mal rein. Da hinten hatten wir ja die Festung, wo wir den schlechter gefunden haben. Entschuldigung, bitte. Vielleicht ist ja die Festung so ein Ding. Also, vielleicht sah ja irgendwo ein Schreiben mit drin. Gucken wir gleich mal, ne? Ja, nö. Die ist auch eine Arschkarte. Eine große Klasse. Ah. Nee. Da ist ja noch was, was wir vergessen haben. Haben wir die gerade ausgemacht? Hm. Oh, okay, hier ist zum Beispiel mal nichts. Dort kommen wir nicht hin. Ne. Oh, das ist auch ein hübscher Anbau, ne? Oh Gott. Alter. Da kann man sich ja echt verjagen. So. Können wir die irgendwie reparieren? Schauen wir nicht. Dann machen wir so. So. Hier kommen wir nicht rein. Hm. Hatten die tatsächlich früher so eine Karten? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich würde eh nein sagen. Ey. Hallo. Oh. Okay. Jetzt gehen wir nicht oben mal. Ne. Da oben waren wir ja auch schon, ne? Ne, 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 ne. Da erinnere ich mich noch dran. Da kamen wir letztens mal nicht wirklich raus. Wie? Das, das möchte ich nicht. Bitte nicht. Hm. Hm. Nicht nochmal. Ah, da nehmen wir auch nichts. Hm. Hier kommen wir nicht rein. Hier auch nicht. Jo. Da haben wir Ende im Gelände. Hm. Nehmen wir die. Komm. Hier müssen wir doch die kriegen. Oder finden. Was ist das denn hier? Oh. Hä? 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 Muss ich mal hier das verarschen? Äh, liebe Entwickler. Ich glaube, da müssten wir es machen. Das ist ja witzig. Jojo. Das klang jetzt nicht wie Stein. Aber hier ist auch nichts zu sehen. Mann. Jo, krasser Alperwand. Na liebe Entwickler, hier habt ihr noch einiges zu machen. Da hätten wir schon wieder krass mehr, ne? Hier waren wir. Ach da, hey. Grüß dich. Schon was mit der Fackel bekommen? Naja, rennen wir uns weg, du. Du hast unsere zwei. Haben wir Fackel sterben können? Nö. Hi. 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 Oh. Oh, die Kuhmer liegen lassen. Was ist das gleicher an der Ecke noch? Ja, nö. Da unten ist natürlich nichts mehr. Da unten ist eigentlich nichts mehr. Aber, ja. Da unten ist eigentlich nichts mehr. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz hier runter, aber ich glaube es nicht. Was blöd ist, wenn wir jetzt nicht starten? Oh, ich wache mich gleich wieder auf, ja. Nee, komm, das haben wir jetzt. Können wir nochmal hier lang gehen? Da ganz hinten sehen wir halt die Base von Marsgeburt. Das ist aber doch ziemlich nah, oder? Nee, die ist da. Ah, da sehen wir. Ach genau, die ist da. Okay, ja. Okay. Aber auch hier nichts. Hm. Ah, wir haben jetzt halb sechs. Ach komm, mein Holz. Ein Holz haben wir noch. So, gehen wir das hier nochmal ab? Okay, das geht wieder um. Hm. Nee. Okay. Ist das? Kann man das schon? Hm. Machen wir noch einen kleinen Raum. So, das haben die Leute auch wieder richtig am zu arbeiten. So, das kann aber auch wieder die Sonne anmachen. Ja, ne. Ja, ne, da waren wir. Ja, na klar. Das ist die... Nee, oder? Hm. Das war der Felsen, wo wir waren, wo ich meine Base- und Singer-Player-Pirre im Einsprecher-Stand. Ach, die anderen da haben auch nochmal Eisen. Okay, das hatten wir sogar schon. Toll. Okay. Oh man. nein mehr besser ist nichts ein bisschen ja genau das ist das wo ich ein 10er feld habe auch hier sehen wir wieder nichts mann Oh, das ist schwer da hin So, tschüss, fucker So, fucker ich mich nahm Toll, auch nichts Das artet ja richtig in Arbeit hier aus Ich meine, gut Ist ja jetzt nicht verkehrt, ne Also Wäre es ja auch langweilig, wenn man Druckkisucki hier findet Aber Ein bisschen leichter hätte ich mir schon gewünscht Vor allem mit der Tatsache, dass die anderen Dinger alle in der Nähe waren Komm, das hat mir jede vorgebracht Hm Was greifen da? Ist das? Ja Dann waren die Inca Ist nicht gerade clever, ne Und jetzt können wir auch nochmal abgrasen Ich bezweifle, dass jetzt hier oben das ist Mal, dass wir das jetzt eh gleich auch gelöst kriegen Na, haben wir uns fertig Ja, bleib stecken Mann Aus Und Scheiße Nee Was? Oh Äh Ne Leben ist zwar nicht so gut dafür, aber gute Ausdauer. Hier haben wir auch nichts. Echt hier jetzt auch noch Nebel? Das war's nicht, oder? Wir gucken mal. Hm. Hm. ein kleines problem die sollen abwarten wenn wir die rüstungen haben die werden so weggebimst da sind auch mal wieder welche rum die 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 Nein. Ich glaube, ich bin hier dran. Eh? Okay, das ist immer so. ein bisschen glück haben wir hier oben was haben wir jetzt genug Pfeile mit bei technisch könnten wir ja eigentlich mal nichts machen ein paar Eisenpfeiler oder Stacks und dann versuchen wir die weg zu hauen wäre ne Idee so haben unsere Leute wir sind noch ein bisschen Zeit die Rüstung fertig zu machen haut er mal ab boah noch welche scheiße wie viele Leute haben die denn noch schon so viel abgeschlachtet wäre aber auch lustig ne dass es nur eine bestimmte Anzahl an Gegner gibt man wäre nach einer Zeit dann wahrscheinlich langweilig wenn man keine Geld immer hat ja mit Sicherheit auch mal interessant sieht auf jeden Fall keine Lob aus ja ja der hat ein Breitschwert ja ja da oben sieht auch noch interessant aus auch wieder ein Röckchen weht ja 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 Du bist mit dir gestern, Waldank. Ja, Ruhe. Witz mich das da schon, neun. Ja toll. Einfach nichts? Krass. Ich würde sagen, wir machen uns morgen ein paar Pfeile fertig und löschen die dann aus. Die sehen wir ja wie hart auf dem Sack. Da. Da. Wir gucken gleich mal was wir genau brauchen. Wahrscheinlich ist der wie bei Bronze. Nur halt mit Eisen. Ja. 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 da haben wir noch zwei zwei haben sie auch noch Wann noch schön? Bleib von meinem eigenen... Oh Gott, ich verlass mich für eine Zockung. Okay, sie hat es gleich wieder mitgenommen. Das ist aber gut. Ja, das dritte haben wir jetzt. Haben wir nichts zu tun von. Weil das in der ersten Euro verteilt ist. Wir brauchen noch Anschuhe und Schuhe. Wobei, darauf können wir ein bisschen verzichten. Da muss jetzt nicht das High End da sein. Rüstung, Kopf ist an sich erstmal das Wichtigste. So, dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay... Okay... Federn... So... Okay... Wir brauchen gleich... Ne... Spielern brauchen wir da nicht. Und wir brauchen... Egal... Das ist ja... Gefänglich... ... oder... ... oder... ... oder... ... oder... naja gut okay die mache ich aus ging fertig die restlichen zeit auch und dann sehen wir uns morgen wieder in der märz sind wir irgendein bastarde wieder nieder damit wir da mal ein bisschen mehr ruhe haben weil das ist ja schon übertrieben viel denn was macht gut heute schau mit hau und bis morgen